Ja, für Sie! Das ist nicht zynisch. Ach, Reiß-Runter-Laden ist nicht zynisch. Zynisch sind ganz andere Sachen. Wissen Sie was? Zynisches Wurst im eigenen Darm. In der Metzgerei können Sie was lernen über Zynismus. Da hängt der Zynismus meterweise gekühlt rum. Die Sau künstlich befruchten, die Ferkel mästen, schlachten, malen, zurückstopfen in Ihren eigenen Darm und dann Gesichtsmortadella. Das ist zynisch. Boah, der Kevin isst mir kein Fleisch, aber Bärchenwurst mag der. Das ist zynisch. Gammelfleischskandale. Wunderbar, das geschieht uns so recht, oder? Mindestens einmal im Jahr haben wir jetzt Obligat-Gammelfleischskandale. Ist das wunderbar? Wunderbar. Einmal im Monat höre ich hier gerade, ja. Ich glaube, aktuell, just heute, ist doch hier dieser Prozess von dem sogenannten Dönerkönig in Berlin. Na, herrlich. Und Sie sagen, es sind nur 10% gefunden worden. Die übrigen 90% sind längst an uns verfüttert. Geschieht uns das recht? Das haben wir uns verdient. Weil wir schon morgens dies Zeug mümmeln. Wo steht das denn geschrieben, dass wir hier flächendeckend mit Leberwurst versorgt sein müssen? Hä? Gibt es irgendwo ein Menschenrecht auf Leberwurstbrot? An jeder dämlichen Autobahnraststätte dieser Republik gibt es Holzfäller-Steaks. Wieso gibt es da Holzfäller? Gibt es da große Gruppen von kräftigen jungen Männern, die seit Wochen schwer im Wald arbeiten und nichts gegessen haben? Da halten übergewichtige Diabetiker mit Bluthochdruck an und schlabbern sich diesen Separatorendreck rein, bis sie platzen. Und sie platzen alle. Macht nur kaputte Gelenke und eine weiche Birne und schlaffes Gesicht. Wer braucht das schon? Haben Sie mal so einen Tiertransport gesehen? Da isst man doch kein Mettbrötchen mehr hinterher. So viel Senf kannst du da gar nicht draufpacken. Da hat die Fleischindustrie ganze Arbeit geleistet die letzten Jahrzehnte. Die suggerieren uns den größten Mist, das geht auf keine Kuhhaut. Ekelhaft. Fleisch ist ein Stück Lebenskraft. Ja, aber für wen? Gib dem Jungen Fleisch. Warum? Er ist gesund. Hä? Was soll das? Die Fleischindustrie gut gearbeitet. Neulich habe ich eine Reportage gesehen über den größten Schlachthof Europas in Reda-Wiedenbrück. Das ist bei uns in Westfalen unten. Schätzen Sie mal, wie viele Schweine da jeden Tag hingerichtet werden. Schätzen Sie mal. 20.000. Jeden Tag. Nur in Reda-Wiedenbrück. Bundesweit jeden Tag 145.000. Nur Schweine. Von Rindern und Hühnern rede ich nicht und Schafen. Weil wir jeden Tag bergeweise diese Tierkadaver in uns reinschaufeln, wie die Geistesgestörten. Wem nützt das? Da haben die ganze Arbeit geleistet. Wunderbar. Das sitzt. Wir brauchen das. Unbedingt. Wir glauben immer noch, wir sind in den 60er Jahren. Wer weiß, ob es morgen noch was gibt. Lass uns schnell noch eine Wurst essen. Was? Grillen ist Hobby. Grillen ist Hobby. Es gibt Fernsehwerbung für Grills, die man kaufen kann. Für Grills. Wieso gibt es Fernsehwerbung für Grills? Grills kannst du an jeder Tankstelle kaufen. Du fällst über die scheiß Grills überall. Es gibt auch keine Kloschüsselwerbung im Fernsehen. Oder Türklinkenwerbung. Gibt es überall. In jedem Baumarkt. Grills. Da stehen dann traurige, schwitzende Männer vor. Schmeißen sich pfundweise diese tote Proteine auf die Kohlen. Anschließend furzen sie tagelang wie die Klingonen. Verstehst du? Diese Fleischindustrie macht uns zu Barbaren. Ich bitte Sie. Es ist furchtbar. Es ist eklig. Die Fleischindustrie macht uns zu Barbaren. Unsere Kinder werden immer fetter und wir haben Gammelfleisch-Skandale. Das Gammelfleisch liegt bei uns zu Hause auf dem Sofa rum. Aber so, ey. Aber ekelhaft. Das Gammelfleisch-Skandale. Als ich sie mit Ihnen singe. Das ist ein bisschen warm. Das ist ein bisschen warm. Das ist ein bisschen warm. Aber so, wenn sie mir Stemperluh CV für in den nächsten Mal ist, Ja? Was 리드 ist ein bisschen warm.